Und die nächste Performance ist die deutsche Schule von Glendale mit dem Lied. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus. Und wo wir gerade davon reden, ich habe gehört, Nikolaus ist gar nicht weit weg. Der könnte hier in der Gegend sein. Ich nehme an, er kommt gleich noch hier vorbei und stattet uns einen kleinen Besuch ab. Okay. So, dann die deutsche Schule von Glendale. Emma, Emma, Emma. Round 5 ICHC 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der hat's collapsed ist es. So is he happy to meet you. He was in love for all of you. Tanzt wird er bei uns klein. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus, die Leidwürste, du kannst zu haus. Alle Kinder leben nicht, laut und schuldig, weh jetzt nicht, tanzt du dann deine Garten aus. Dankeschön, dankeschön, lieber Nikolaus. Du bist ein lieber Mann, das sieht dir jeder an. Siehst wie ein Bischof aus, wie Bischof Nikolaus. Heute geht es lieber Nikolaus, die Leidwürste, du kannst zu haus. Alle Kinder leben nicht, laut und schuldig, weh jetzt nicht, tanzt du dann deine Garten aus. Dankeschön, dankeschön, lieber Nikolaus. Der Bischof Nikolaus, ging einst von Haus zu Haus, da waren die Kinder froh, und das ist heut noch so. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus, die Leidwürste, du kannst zu haus. Alle Kinder lieben dich, alle Kinder lieben dich, wagen schön und freuen sich, teilst du dann deine Garten aus. Dankeschön, dankeschön, lieber Nikolaus. Musst du dann weitergehen, du kannst auch jeder sehen, gehen wir mit uns zu Türen und alle winken dir. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus, Termin, da bist du von außen aus. Alle Kinder lieben dich, wagen schon und freuen sich, teilst du dann deine Garten aus. Dankeschön, dankeschön, liebe Nikolaus. Nikolaus. Applaus 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 Danke, für die deutsche Schule. Und da ist jemand in red walking around in der room. So Nikolaus hat es geschafft bis hierhin. Ja,